Denkst du sie, ist das wirklich? Ich hatte mir Lady Whistledown stets etwas... klüger vorgestellt. Ich lasse dich nun ausruhen. Doch bevor ich gehe, darf ich eines nicht vergessen. Der Juwelier hat ihn heute fertiggestellt. Oh, Colin, er ist wunderschön. Und dennoch nicht einmal halb so schön wie du. Hast du etwas geschrieben? Woher die Tinte? Briefe? Ja, ähm, zahlreiche. Um unsere Verlobung zu tun. Natürlich. Dann fahr nur fort. Miss... noch Featherington? Guten Tag. Lass uns順ier... ... Ich schauBER. Susan, duाve- Danke.